um und soll so erinnern das wird die meinte und ich habe mir auch ein Leitlin von Transgenikern äh, Transgenik ist momentan der größte Portals auf die aller Zeiten er hat auch den unter 10 Minuten später von Korrekl 1 gewaßt auf jeden Fall, ich hänge hier drum ich habe auch gesehen, dass Churro hier drin ist das ist auch so ein ganz cooler Speedrunner auf jeden Fall, ihr denkt jetzt voll so coole Informationen und so und ich gucke hier eigentlich einen Leitlin naja Leute, ähm, zum Punkt das, ähm, ich rendere grad Halo ich hab grad diesen Halo aufgenommen und zwei Sachen, zwei wichtige Sachen mh, 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 alles nicht da mh, diese Sonne laufen also, ähm ich hab gestern, oder vorgestern mit Feindschiff, äh, Animal Crossing wieder aufgenommen anscheinend viel den Leuten das und auf jeden Fall und hey, der hat sowas von gefehlt hat mich richtig aufgeregt finde ich sehr schade auf jeden Fall, ja das war eigentlich ganz lustig, wie ich bin da durch die halbe, die ganze Zeit hin und her gerannt weil die, weil Franka und Julian was von mir wollten und ich bin wirklich zehnmal hin und her gerannt insgesamt bestimmt und Rainer war auch da, ich hab, ich hab ihn auch gekauft und alles aber der Part war super, aber die, meine, meine Audio war da aber die Audio von Feindschiff und der In-Game Sound fehlen also wenn ihr, wenn ihr fünf Leute, verschiedene Leute schreibt in den Kommentaren, gebt mir was Video dann, äh, gleich erstmal hoch äh, zweite Sache äh, kennt ihr Twitter? so ein ganz bekanntes Programm äh, äh, so eine Seite, genauso wie Facebook aber, haha, ihr habt nicht gesehen ich kann heiße, ihr Arschländer auf jeden Fall, ähm, ich kann manchmal sein, dass ich, äh, voll cool bin und dann sag ich so grad, ähm, Halo-Render sag zitter ich twittere nie, weil, ähm, da sind irgendwelche random Leute und Linkplay und ich vergesst es für mich auf jeden Fall, ähm, wenn ihr neuste Informationen über meine, mein, überall, über alles von mir erhalten wolltest also den normalen Kanal und den Let's, Let's Play Kanal ich werde sie hier finden und ihr könnt auch so schreiben ähm, äh, das kommt für 71 wie heißt du und dann kann es sein dass ich, ähm, einfach so sag ich heiße so und so aber das sag ich euch nicht also ihr könnt mir eure Fragen stellen auch zu Animal Crossing und zu allem anderen ich, ich beantworte alles ich guck jetzt weiter in den Nightstream und rendere diesen Kack-Renderin nebenbei Halo ich glaub ich sollte noch mal warten wenn wir uns kack eins von den beiden Programmen hatten naja, wir sehen uns irgendwann mal bei was weiß ich remk, wer ist das schön mein Gott was, ich hab mir raus mein Gott AAH 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 ehhhh ehhhh aah 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 aah